Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Sebastian Jung feierte sein Comeback-Urheberrecht. Get the Images Update. Der VfL Wolfsburg besiegt Erzgebirge Aue im Testspiel deutlich und bestätigt die gute Form. Zwei Spieler feiern ihre Rückkehr. Der VfL Wolfsburg hat ein Testspiel gegen Zweitligist Erzgebirge Aue gewonnen und die gute Form der letzten Wochen bestätigt. Das Team von Bruno Labbadia gewann gegen die Sachsen 3 zu 1, 2 zu 0 und durfte sich zudem über die Rückkehr der lange Verletzten Marcel Tisserand und Sebastian Jung freuen. Tisserand brachte die Wölfe in seinem ersten Spiel seit Ende April in Führung, 27. Vuvikhorst legte kurz darauf nach, 34. Daniel Gincek erzielte den dritten Wolfsburger Treffer, 55. Jung Rückkehr nach der Pause. Vier Minuten zuvor hatte Mario Kwesik für den Anschlusstreffer gesorgt. Jung, der seit Ende März ausgefallen war, kam nach der Pause ins Spiel. Anzeige, sichern Sie sich jetzt das neue Wolfsburg-Trikot. Hier geht es zum Shop. Wolfsburg hatte einen perfekten Start in die neue Saison erwischt und seine ersten beiden Bundesligaspiele gegen Schalke, 2 zu 1 und in Leverkusen, 3 zu 1, für sich entschieden. Stuttgart siegt bei Turnier der VfB Stuttgart gewann indes durch zwei Siege gegen, Greuther Fürth und Drittligist Sonnenhof Großasbach das Blitzturnier, 3 Ligen Cup. Das Team von Trainer Typhon Korkut schlug zunächst die Vierter nach 45 Minuten Spielzeit mit 3 zu 1. Mario Gomez traf doppelt Vierter, 27. Christian Gentner sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Benedikt Kirsch erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Vierter, 31. Im zweiten Spiel setzten sich die Schwaben gegen Gastgeber Großasbach mit 2 zu 0 durch. Erik Tommi, 39. und Nikolas González, 41. erzielten die späten Tore. Im ersten Spiel des Tages hatte sich Großasbach im Elfmeterschießen gegen Fürth durchgesetzt und belegte Platz 2. Von Sportinformationsdiener